recht herzlich willkommen zur 73 folge von stelares wir schicken unsere flotte gerade da oben hin das hatten wir ja schon letztes mal anberaumt wir wollten noch ein bisschen sparen dass wir auf neckar noch die station ausbauen können das ist jetzt hier schief gelaufen wir müssen dahin und dann dahin und dafür braucht freund 350 points da sind wir ganz nah dran dann können wir das hier noch mal weiter forcieren das war gleich gucken alles mal hier laufen dann kommen wir auch an die kohle dass das entscheidende 37 gibt es dazu 26 braun war dann ist das ja jetzt sofort erledigt ausstehende kriegsforderung man sieht sie krieg oder was ausstehende kriegsforderung ja ein plotter in der nähe wo sind das da ok nochmal so wer ist das was wo ist das hier auf der karte ok die wollen jetzt uns hier ein erzählen oder was aber das ist unser genau und die kommen mit so ganz so vielen jahren wo sind denn jetzt die auch die sind schon abgehauen wieder hört und sie jetzt im nächsten sektor da kommen noch mehr von denen das sind 22.000 points die die haben also 23 fast wo uns keine gedanken mehr darum machen das ist dann schon klar wie das laufen könnte und die sind da die haben uns den krieg erklärt oder nicht ne das ist nicht unser ding dann machen wir die flotte weg auch wir befinden uns dadurch dass sie den den krieg erklärt alles klar jetzt verstehe ich aber da haben ja keine chance hier gegen die nahe wenn man das ja gerade an so geguckt hat dann leuten sie ja wo im defensiv abkommen mit denen kriegsziele fehlen sie aus indem sie sie aus der linken bis denn die rechte ziehen ok warum sind wir da drinnen die kommt dem ist vor befreien das ist eine coole sache adam kooperative ach so da gibt es da unten noch mehr ja planet abtreten das ist alles planet werden abtreten ok aber das läuft ja also runterschicken dann also realisieren da wollen wir dann nicht planet befreuen hitzel oder so wie hieß der da ist jetzt ich weiß gar nicht wo die sind was machen die denn hier gar nichts oder wie kriegspunkte kosten wenn ich das wieder rüber schiebe ach so dann ist kriegspunkte kosten 100 das sind unsere gegner ok ist die frage wo sind die ne die frage was da passieren soll wenn oder so ähnlich die gehen bis dahin alles klar die frage was da passieren soll wenn oder so wie wenn wir das oder so wie denn jetzt hier denn all burs und Ok. Planet befreien, ja, ja, Olba's. Oldana. Oldara. Olba's, da. Das können wir den dann, ne? Laser, kriegen wir den auch noch irgendwo her, Nogi, Rocky, den finde ich jetzt hier nicht bei, naja, sind natürlich auch einige, ne, da habe ich es auch schon übersehen, ne, oder, da ist all was, ach, das ist der, ne, oder, und dann bleibt das in der Liste auch noch stehen, alles klar, dann habe ich das auch schon verstanden, ah ja, weil ich dem vielleicht auch jemand anders noch versprechen könnte, dann gleichzeitig, naja, okay, ja, ne, der andere ist jetzt nicht zu finden, Maxus, äh, doppelt und dreifach da drüber, kann das sein, Maxus habe ich doch da eben schon mal stehen gehabt, oder, Bug, oder was, auf Planet abtreten ist das sonst was, ne, aber okay, das ist vielleicht den Unterschied gewesen, Planet befreien, ne, befreien wollte ich den dann auch nicht, das sollte ja abgetreten werden, wenn, wo ist ein Olbers dann, jetzt finden wir den nicht so schnell wieder wahrscheinlich, Maxus, wo ist er denn, hm, da, oder, ne, der muss hier aber irgendwo sein, da ist er, so, und wer ist die dritte Truppe von uns, Kempla Interstellar, wo sitzen die, die Dörtmänner, naja, das ist schön, wenn wir nicht wissen, wo die sind, ne, ah, da, ist jetzt auch nicht so das Riesending, ne, Kempla Interstellar, Block, wen gegen Kind, Great, aha, naja, jetzt die Frage, was wir da für den Gutes tun können, ne, Gehören die dazu, oder was, Mana Gades, finden wir das hier, hm, Nexus, sind die überhaupt mit uns, ja, die sind auch da dran, ah, Ascensions End und Mara Gades, hm, Boah, den jetzt finden, ne, Nee, Ja, Maxus, Mara Gades, das ist er doch hier, der ist das doch, den schustern wir den zu, wenn, dann haben wir noch Ascensions End, die stehen in Klammern dahinter, sagt das jetzt nicht, ne, Das wäre der Bringer, ne, Hm, die können wir noch befreien, hab das mal da rein, egal wo, und demütigen könnten wir da noch reinsetzen und fertig, Forderung festlegen und sind zu hoch, alles klar, befreien wir die nicht, demütigen die nicht, und dann, das sind zu viele Punkte hier, so geht's dann, okay, dann machen wir das so, Frieden anbieten, Nö, läuft erstmal, ne, Kriegsverhandlungen, lassen wir erstmal so stehen, Jo, da haben wir jetzt schon viel Zeit verbracht damit, ne, und, ja, kann erstmal die Pause rausnehmen, gehen hier gerade auf Neckar nochmal, gehen hier nochmal gucken, haben wir noch nicht ganz geschafft, ne, ach doch, haben wir eigentlich, aber das geht nicht, fehlende Technologie-Kreuzer, super, oder? Ja, dann kann das auch nichts werden, ne? Einen Kreuzer haben wir noch nicht. Ja, was ist das? Okay, da kommt ja ein Kampf ein, Flottenkampf, okay, äh, wo sind denn die anderen dann? Wer ist das hier? Ach so, Administration, okay, das auch. Das ist ja jetzt nicht das, was ich brauche, aber suche. ja, sieht jetzt gerade schlecht aus, ne, oder wie ist das hier? Blöser? Hm. Also, wir werden da auf dem Planeten angegriffen, oder wie sehe ich das? komisch. Da haben wir keinen Anführer auch noch, noch schlechter, ne? Da können wir jetzt auch nicht so wirklich was dran ändern, dann, ne? Flotten in der Nähe, ja, kommen wir auch nichts. Super. Äh, Tertsam. Ja. Lass weiterlaufen gerade. Ah, jetzt sehe ich auch die Truppen, Die kommen da drauf zu? Oder wie sehe ich das? Hm. Dann lass mal laufen, ne? Gucken, was da passiert, oder? Die greifen uns aber an, ne? Ja. Ja, sieht so aus. Invasion. Das ist gleich kaputt, ne? Ja, da war's das. Jetzt geht's hier noch weiter, oder wie sehe ich das? Okay. Ich glaube, das sieht genauso schlecht aus, ne? Auch kaputt. Ja, läuft, ne? Richtige Loser. Machen wir gerade Pause. Flottenkampf-Statistik. Die haben gewonnen, wir haben verloren. Gefecht verloren, ist klar. Wollen wir gar nicht angucken. Bisschen wir auch so, ne? Trümmer. Trümmer in Törzerm, ja. Tolle, tolle Forschungssache. Ja, das ist ja richtig komisch, ne? Gut, äh, ja, aber da können wir jetzt irgendwie mit unseren Floppen sowieso, warte mal, wie hatten die da drinnen? 2,4. Da haben wir nicht so viele. Wir haben mal gerade knapp 2, oder? Und wenn wir die wiederholen, wo sind denn die schon hin? Da oben schon hin? Ich würde sie jetzt einfach mal zurückschicken, ne? Jetzt hat er das wieder aufgemacht, das will ich aber gar nicht. So, dahin und gucken, dass wir dahin kommen. Und dann Neckar. Neckar. Ne, das war der falsche Weg. So ist es. So ist es. Noch ein paar bauen. Und die Kreuzer fehlten bei der Forschung, oder wo war das? Ne, da ist es nicht, da ist die Forschung, wenn. Ja, da müssen wir dann gucken, wie wir da drauf hinzukommen, dass wir da Kreuzer kriegen, ne? Das ist da, da, und das noch weniger. Na, und da unten sind ja schon die Kreuzer in Forschung, alles klar. Aber das dauert noch ewig, alles klar. Gut, aber dann würde ich sagen, soll es für die Folge auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, Tschüss.